maximales leben erhöht super hier noch was überladen jetzt haben wir hier nach oben nicht genügend kraft das gelder ist ausgefallen ich habe nichts mehr machen Challenge jetzt. Hier ist ja alles zerstört. Okay, dann klettern wir mal hier rüber. Kann ich noch gar nicht. Oh. Er hat bekommen, was er verdient hat. Okay, okay. Hey, BD. Siehst du mal an? Was hast du da? Keiser, direkt da! Ja, sollst du den Hörer abknallen lassen? Ja! 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 Das glaube ich jetzt. Ja! 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 Ich kann sie nicht öffnen. Ja! 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 Natürlich nicht! Ja! 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 So, springt jetzt. Na. Hätte ja klappen können. Aber es geht auf jeden Fall. Schon mal wichtig. Ja, komm. Äh. Manche Leute, die sind so geschickt. Ich spiele hier mit dem Joypad und hab so ne Probleme hier. Äh, das gibt's doch gar nicht. Zurück. Ja, geht doch. So, hat ein Seil hervorgerufen. Eine Nahkampfruidensteuereinheit. Denkst du auch, was ich denke? Ja. Super, das heißt, er kann auch mit eingreifen. Ja. 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 Helfer. Ich glaube, hier sind wir sogar richtig, oder? Ich kann was sagen. da sind wir wieder da wollen wir aber nicht wenn wir im kreis laufen laufen jetzt hier lang was hast du da Oh. 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 Halt's auch nicht schlank. Oh. Da ist der Höheneingang, ich habe den gar nicht gesehen. So, hier geht es jetzt zum Schiff, wir haben es zurück geschafft, hoffe ich doch, die Frage ist, wie wir kriegen und wie kommen wir her. Ja, das wird nichts. Ist das wirklich nur noch hier raus? Das wäre ja fatal, da war ich doch schon drin. Ich weiß immer, wie ich zum Schiff komme. Ein Toter, es war so, er ist gnadenloser als ich dachte. Ne. Okay, so, bevor wir hier uns weiterhin verrennen, machen wir erstmal Schluss. Okay. 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 Okay.